Hier gab es einen weiteren Schatz Britanniens und zwar die Rotflechtenhöhle. Viel Spaß, ein bisschen tricky. Hier gibt es einen Schatz, ein Schatz, ein Schatz. Hier gibt es einen Schatz, ein Schatz, ein Schatz. Hier gibt es einen Schatz. Hier gibt es einen Schatz, ein Schatz. Hier gibt es einen Schatz. Hier gibt es einen Schatz. Ein weiteres Rätsel, das ist zu lösen Geld. Ein weiteres Rätsel. Ein weiteres Rätsel. Ein weiteres Rätsel. Ein weiteres Rätsel.